hallo und willkommen zu der röm comic zeichner und heute gucken wir uns eine grandiose comic serie an oder graphic novel aber ich glaube jeff smith hat erstmal comics gezeichnet und hier geht es um bone wie soll man das sozusagen sagen das ist so wie wenn herr der ringe auf ducktales trifft so ungefähr kann man das vergleichen sehr witzig sehr cool gezeichnet mit guter action und dann einer tiefen und epischen story die trotzdem immer wieder witzig bleibt und bevor wir loslegen möchte ich noch darauf hinweisen ich habe natürlich wie jeder gute comic künstler im youtube ein paar comics die kann man auf etsy oder ebay kaufen oder demnächst dann über meinen shop ihr könnt mich auf patreon unterstützen alle meine comics wird es immer umsonst geben hier geht es in meiner ersten miniserie von vier comics der last pickup artist um einen jungen kerl der eigentlich gern eine freundin hätte aber keine findet in der nacht in der sozusagen pickup artist verboten werden findet er dann sozusagen einen mentor der ihm ein bisschen rat gibt und gleichzeitig finden wir heraus dass natürlich die welt um uns herum so chaotisches und sozusagen die gründe für unsere einsamkeiten und nöte auch ein bisschen in den gesellschaftlichen wurzeln liegen genau wenn ihr bock habt auf das pick up artist guckt euch an es gibt es auch umsonst zu lesen aber ihr könnt auch kaufen denn comics wollen so genossen werden wenn ihr etwas braucht wie ein werwolf spiel nur cooler guckt euch den link unten an für ein 10er oder 12er gibt es das auf etsy und ebay und ja lasst mich noch kurz hier starten genau und jetzt starten wir mit bone ähm jeff smith hat glaube ich ich weiß nicht ob ich es gesagt hat aber er meinte so er war auf jeden fall inspiriert von ähm don rosas ähm donald duck also von seinen abenteuern die ihn sozusagen durch durch ich habe hier eine karte für das nur werf spiel sozusagen ein don rosa ähm und ein donald duck der sozusagen abenteuer erfährt ähm und das ist auf jeden fall ein abenteuer comic hier und es hat auf jeden fall den cartoony aspekt den wir hiervon kennen und auch dieses 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 wir verreisen und wir sind in fremden ländern und wir wissen nicht was als nächstes auf uns zukommt und dieses element darf man wirklich nicht unterschätzen das ist wirklich eine schöne sache eine abenteuer geschichte zu erzählen ähm es macht großen spaß und gleichzeitig wenn ihr sozusagen auch fan von her der ringe seid ähm eben von diesen großartigen bösen das irgendwo lauert ähm dann kann ich euch hier auch nur sozusagen einladen denn in dieser fantasiewelt gibt es sozusagen auch ein großes böses ähm das seine rattenmonster anweist und schöne ist praktisch die haben auch immer hier so hier hierarchien von unten wir lernen am anfang nur die rattenmonster kennen und dann lernen wir nur king dog kennen und fürchten sozusagen ihn und dann lernen wir ihn kennen und ja diese hierarchie geht immer weiter und das ist das schöne dass sozusagen wie immer tiefer in die materie gehen ähm am anfang und das möchte ich natürlich auch noch sagen wenn wir uns solche comics angucken die absolute sozusagen meisterwerke sind ähm 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 die drei sind sozusagen auf der flucht oder wurden aus ihrem dorf rausgeworfen so ein bisschen aus dem hobbingen und die versuchen sich durchzuschlagen ins nächste dorf ähm und am anfang ist es noch nicht so spektakulär tatsächlich von den zeichnungen wir versuchen hier rauszufinden wo die hinwollen und die haben eine karte ähm ähm und ich weiß jetzt nicht ob sie einen schatz suchen oder was sie genau suchen oder ob sie das nächste dorf suchen auf jeden fall ähm ähm er ist so der gemütliche der dann essen will und während die da diskutieren kommt diese heuschreckenplage und treibt sie sozusagen an hier schnell übers feld zu rennen und ja wir begleiten dann sozusagen phone bone und während er sich hier durch müht durch diese heuschrecken verliert er dann an grund und fällt und fällt und fällt und bumm kommt hier an und ab hier sozusagen starten wir in unser abenteuer also fish out of the water und hier merken wir schon dass in dieser welt irgendwelche dinge lauern aber wir wissen noch nicht genau was und ich rushe hier so ein bisschen durch weil ich an den punkt kommen will wo es dann eigentlich los geht der comic nimmt sich seine zeit oder die graphic novel und das ist aber auch schön also wir 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 reisen richtig mit phone bone mit wir gehen erstmal so durch die wüste bevor wir dann ähm in diese epische geschichte bis hierhin ist alles noch unschuldig und dann merken wir in der nacht in der ersten nacht kommen sozusagen die ratten monster und suchen nach seinem cousin mit dem t-shirt mit dem stern auf dem t-shirt ähm ähm und die finden aber hier nur phone und wollen den auch dann verspeisen aber der rote drache beschützt ihn und phone hat davon noch keine ahnung deswegen das schöne wir tappen sozusagen mit dem protagonisten in eine epische geschichte ohne zu wissen was uns da erwartet und phone bone springt und klettert wie in einem jump and run hier durch dieses tal und dann endlich beginnt sozusagen dieses abenteuer in diesem einen tal und er ist dann endlich da und dann fängt er an dort merkwürdigen kreaturen zu begegnen ähm die bewohner die da sind als auch diesen ratten menschen oder ratten kreaturen die von jedem gefürchtet sind es ist einfach immer unheimlich witzig aber die sind auch sehr creepy gezeichnet was ziemlich cool ist und hier kommen wir auch schon immer wieder zu diesem jump and run und adventure aspekt und dann sagt er wenn er es nicht raus schafft wieder aus diesem tal dann muss er den winter wohl über bleiben und dann kommt von oben so bumm bumm na bitte dann ist winter und er lebt dann bei der familie mit den opossums und ihr könnt ihr sehen dass jeff smith auf jeden fall mit ein paar strichen uns schon meisterhaft unser auge leitet und dann kommen wir hier hin und hier hin und hier hin also diese tiefe diese dreidimensionalität und wirklich toll erzählt ich glaube das original war in schwarz weiß ich habe hier die kolorierte version von tokio pop ich glaube ich habe das mal gekauft auf rebuy für jedes sozusagen 1-2 euro die dinger sind hier komplett neu und hardcover also man muss nicht immer gleich das teuerste kaufen man kann sozusagen das kaufen was man braucht liebevoll erzählt super gestaltet ich möchte an eine stelle vor wo sozusagen er gejagt wird und die geschichte ist nie langweilig also wir bewegen uns immer nach vorne irgendetwas neues wird uns immer jedes kapitel sozusagen neu also wird neu entdeckt und das ist das tolle wir sind zum beispiel auf der suche nach thorn niemand kennt thorn ähm dann macht er sich dann eben das beste draus dann versucht er von diesen rattenmonstern zu fliehen landet an diesem roten felsen die rattenmonster haben ihn schon und dann stellt sich raus der rote fels ist der rote drache und der rote drache versucht thorn zu beschützen und einfach grandios und thorn ist ein bisschen vorlaut und bekommt dann sozusagen ähm ja ein bisschen die flamme und dann sagt er gut und ähm hat sozusagen in dieser episode nicht das gefunden was er finden wollte und auf dem weg dann ähm sozusagen seinen hut zu löschen oder sich zu waschen oder zu baden findet er dann dieses mädchen und dieses mädchen ist dann thorn hier witzig zündet sich das nochmal an ähm sie sieht es er rollt hier vor sie bittet ihn komm doch raus und zeig wer du bist und ähm ja dann lernt er sich kennen und er verliebt sich in thorn und auf jeden fall eine epische geschichte wunderschön erzählt ich komme hier dann zu einem ende wisst auf jeden fall dass jeff smith mit jedem band das er hinzufügt besser wird die erzählung schöner und witziger wird aber dass wir dann auch langsam jetzt ähm ähm in etwas kommen wo wir sozusagen mehr Charaktere also es erweitert seine Charaktere ganz langsam und dann spüren wir auch hier die Grandmother spürt ein ganz komisches Ding und er sagt ja was ist denn das und dann sagt ja das ist wenn das Böse sozusagen erwacht und ab der Hälfte ungefähr merken wir dass es auch gleichzeitig ein bisschen düsterer wird und die Rattenmonster fangen an sich zu versammeln im Tal und ähm große Kreaturen versuchen hier ja wie soll ich sagen da braut sich was auf und ähm die gute Seite spürt's und die böse Seite spürt's und wir sind dazwischen als Bone und das macht die Sache auf jeden fall sehr cool ich möchte nicht weiter spoilern ich sage nur ich blätter hier schon ewig äh und ihr seht die Rattenmonster reiten dann aus und Vorn hat Träume aus ihrer Kindheit und die Oma weiß schon jetzt kommen sie und dann sagt sie wer kommt und dann boom und hier höre ich dann auf ähm es gibt auf jeden Fall schönen Schlagabtausch immer wieder Neues zu erzählen ähm schönes aus der Vergangenheit so im Lord of the Rings Style so im Lord of the Rings Style gleichzeitig das jetzige Dorf gute Dinge die geschehen ähm und Charaktere und einfach unglaublich und wie viel wie viele Bände es sozusagen davon gibt und wie tief die Erzählung ist ich hab's noch nicht ganz bis zum Ende der Erzählung aber so viel sei gesagt ähm es wird immer epischer immer tiefer ähm und ja einfach grandios also damit beende ich's und bis bald Ciao